Am Jarama, Februar 1937. In dem Tal, dort am Rio Jarama, schlugen wir unsere blutigste Schlacht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Zeigt uns, wie man mit alten Gewehren einen Panzerangriff heil übersteht. Zeigt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tiefliegerangriff entgeht. Zeigt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tiefliegerangriff entgeht. Ja, wir haben die Stellung verlassen, denn es half auch kein, oh Herr, mon dieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Eines Tages, da stehen Campesinos, als die Sieger auf Spanisch empfällt. Und das Tal dort am Rio Jarama wird gehören dem Mann, der's bestellt. Und das Tal dort am Rio Jarama wird gehören dem Mann, der's bestellt. Und das Tal dort am Rio Jarama wird gehören dem Mann, der's bestellt.